Ichenhausen ist eine Stadt im schwäbischen Landkreis Günzburg mit Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen. Geografie Die Stadt liegt an der Günz- und an der Mittelschwabenbahn von Günzburg über Krumbach nach Mindelheim. Durch Ichenhausen führt die Bundesstraße 16. Ichenhausen besteht aus der Kernstadt Ichenhausen und den Stadtteilen Autenried, Däubach, Hochwang, Ochsenbronn, Rieden an der Kötz. Geschichte Die Herren von Roth waren seit dem frühen 14. Jahrhundert Lehnsherr des Ortes. Im Jahr 1406 erhielt der Ort das Marktrecht. 1574 erwarben die Freiherren vom Steyn von Rechtenstein zu Niederstotzingen den Ort. Mit der Rheinbundakte 1806 kam der Ort zum Königreich Bayern und wurde 1818 durch das Gemeindedikt eine Patrimonialgemeinde, die bis 1843 bestand. 1913 wurde Ichenhausen zur Stadt erhoben. Seit Jahrhunderten lebten jüdische Familien im Ort, die sich an der Straße nach Krumbach einen eigenen jüdischen Friedhof einrichteten und in der vorderen Ostergasse 24 im Jahr 1687 eine Synagoge erbauten. Diese wurde 1781 erneuert. 1933 waren 13 Prozent der Einwohner jüdischen Bekenntnisses. Beim November-Pogrom 1938 wurde das jüdische Gotteshaus und der jüdische Friedhof am 10. November organisiert durch die Günzburger NSDAP-Kreisleitung verwüstet. In einem Strafprozess vor dem Landgericht Memmingen wurden 1948 deshalb sieben Personen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Zahlreiche jüdische Bürger siedelten in größere Städte um, wo sie sich in der Anonymität sicherer fühlten oder emigrierten ins Ausland. Die Zurückbleibenden wurden am 1. April 1942 am 6. August 1942 und am 8. März 1943 deportiert und umgebracht. Es überlebte nur eine Frau. Auf dem jüdischen Friedhof wurden 18 KZ-Häftlinge des KZ-Außenlagers Burgau begraben. 1964 wurde das Langhaus der alten katholischen Pfarrkirche Sankt Johannes Baptist erweitert und zum Teil neu gebaut. Allerdings sollte der Kirchturm erhalten bleiben. Dieser stürzte in Folge der Umbauarbeiten an der Kirche am Ostermontag des Jahres 1964 ein. Personen wurden nicht verletzt. Im katholischen Pfarrheim der Gemeinde hängt über dem Haupteingang ein Zeiger der damaligen Kirchturmur. Zu Ichenhausen gehören fünf Ostteile. Am 1. Januar 1971 wurde Hochwang eingemeindet. Am 1. Juli 1971 kam Ochsenbronn hinzu. Am 1. Mai 1978 folgten im Zuge der Gebietsreform dann noch die Ortsteile Autenried, Däubach und Rieden an der Kötz. Politik der Stadtrat hat 20 Mitglieder. Seit der Kommunalwahl 2014 verteilen sie sich auf folgende Listen. CSU Elf Sitze Freie Wählervereinigung Sechs Sitze SPD Drei Sitze Bürgermeister ist seit 1. Mai 2014 Robert Strobel Der Windhund deutet auf die Herren von Rot. Auf ihrem Epitaph in der Pfarrkirche ist ebenfalls ein Hund dargestellt. Die abwärtsgekehrten schwarzen Wolfsangeln deuten auf die Herren vom Stain. Die Rot-Weiß-Geraut täten Schrägbalken auf die Familie von Goss. Ichenhausen hat zwei Partnerstädte. Italien Italien Seit 1982 Wallet-Josu-El-Mintio, welches südlich des Gardasees zwischen den Touristenzentren Verona und Mantua liegt. Frankreich Frankreich Seit 1994 die französische Stadt Cheynch. Cheynch liegt im Zentrum des Departements Mayen. 2010 trat die Nachbarkommune von Cheynch die Gemeinde Sankt-Germain-Lifuyu dieser Städtepartnerschaft bei Bildung und Kultur Grundschule Ichenhausen Freiherr von Stain Mittelschule Hans-Meyer Realschule Staatliche Realschule Ichenhausen Heinrich-Sinz-Schule Sonderpädagogisches Förderzentrum Ichenhausen Sing- und Musikschule der Stadt Ichenhausen Volkshochschule Günzburgi V. Außenstelle Ichenhausen Evangelische Bildungswerk Neu-Ulm e.V. Außenstelle Ichenhausen Dilltepper Bühne Sehenswürdigkeiten Bauwerke In Ichenhausen befindet sich das Bayerische Schulmuseum, ein Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums. Als weiteres Kulturgut gilt in Ichenhausen die Synagoge, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Feuerwehrhaus diente und erst Ende der 1980er Jahre als Haus der Begegnung hergerichtet wurde. Ebenfalls gehört der jüdische Friedhof zu den Sehenswürdigkeiten. Im Ortsteil Autenried befindet sich das Schloss Autenried aus den Anfängen des 18. Jahrhunderts mit einem Ikonenmuseum und einer Bibliothek. Hauptartikel Wirtschaft und Infrastruktur Niederlassung der Firma Bada Firma Creaton AG im Stadtteil Autenried In Ichenhausen befindet sich eine Fachklinik für physikalische Medizin und medizinische Rehabilitation mit den Fachabteilungen Orthopädie, Traumatologie, Neurologie, Neuropsychologie, Innere Medizin und Rheumatologie. Die Fachklinik Ichenhausen hat mehrere Fachbereiche und ist zudem anerkannte Parkinson-Fachklinik. Sie gehört zur M&I-Klinikgruppe Enzensberg. Das Ernstort Sozialzentrum, eine gerontopsychiatrische Facheinrichtung der ökumenischen Sozialstation im Landkreis Günzburg, grenzt an den Hindenburgpark am südlichen Stadtrand. Persönlichkeiten Ehrenbürger Benno Bichler, katholischer Priester, Ehrenbürger in Outenried, Georg Fackler, Unternehmer und zwei, Bürgermeister von 1980 bis 1984, Ehrenbürger seit 1984, Franz Xaver Hohensteiner, Ehrenbürger, Karl Königsdorfer, katholischer Priester, Dekan und Stadtpfarrer in Ichenhausen, Ehrenbürger seit 1976, Hans Mayer, Politikwissenschaftler und Politiker, ehemaliger bayerischer Kultusminister, Ehrenbürger seit 1986, Johann Nepomukmoll, Kaufmann und Bürgermeister von 1870 bis 1903, Ehrenbürger seit 1895, Ernstort Unternehmer in Outenried, Ehrenbürger in Outenried seit 1975, nach der Eingemeindung auch in Nichenhausen seit 1978, Materort Unternehmerin in Outenried, Ehrenbürgerin seit 1998, Moritz Schmidt Unternehmer und zwei, Bürgermeister von 1984 bis 1990, Ehrenbürger seit 1993, Heinrich Sins, katholischer Priester, Dekan und Stadtpfarrer in Nichenhausen, Ehrenbürger seit 1925, Michael Sulzer, Fabrikant, Ehrenbürger seit 1911, Alfons Wiedemann, katholischer Priester, Ehrenbürger seit 1918, Söhne der Stadt Robert Domes, Journalist und Autor, Wolf Dorn, Schriftsteller und Thriller-Autor, Gregor Ebner, praktischer Arzt, fungierte in der Zeit des Nationalsozialismus als ärztlicher Leiter aller Heime des Lebens Born e.V., Arnold Erlanger, jüdischer Überlebender mehrerer NS-Lager und ein wichtiger Zeitzeuge, Raphael Frank, Typograf, seine Schrifttype wurde zur wichtigsten hebräischen Schrift im 20. Jahrhundert, Les Gerstel, kalifornischer Geschäftsmann und einer der Gründer der Alaska Commercial Company, 1845 in die USA emigriert, Hubert Hafner, Politiker, Landrat im Landkreis Günzburg, Alfred Sauter, Politiker, ehemaliger bayerischer Justizminister, sonstige Persönlichkeiten Ernst hat, Schriftsteller, Übersetzer und Theaterintendant, Josef Ehrenfried Hofmann, Mathematik-Historiker, wohnte zuletzt in Nichenhausen und liegt dort begraben, Hans Wolf, Wissenschaftler, ehemaliger Rektor der Universität Ulm und Gründungspräsident der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.